Da ist der Gegner gut, aber Digga, das kann nichts machen hier, Alter. Ja, hab ich schon gesehen. Guck mal, nicht mal der geht dann auch noch rein. Guck. Ja, deine Mutter, du H***, Alter. Du führst 4-0 und spielst noch hinten rum, Alter. Natürlich. Ja, natürlich. Guck mal, er bleibt noch am Ball. Koulibaly kann nicht ran, Vieira kann nicht ran. Ja, guck mal, wie der Ball perfekt durchkommt, Alter. Ja, klar, ja, klar, Alter. Nicht mal der geht rein, im BAPEL, du Ninja-Türtel. Er kann doch nicht wieder am Ball bleiben. Ja, scheiß Benzema, Alter. Wirklich, mit seinem Bart, Alter. Hat er da Chicken Wings drin versteckt? Wie frei, Alter, das kann... Wie steht da alles so offen? Ja, klar. Ja, klar. Ey.